Die Siegreichen treffen aufeinander. Als einzige haben der FC Bayern München und dessen nächster Gegner alle Liga-Begegnungen gewonnen. Nach den bisherigen drei Bundesliga-Spieltagen steht jedoch Bayer Leverkusen ganz oben, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Wir kennen die Gegner, die Stadion ist sehr, sehr schön, die Stimmung wird schon sein, aber das sind die besten Spiele. Das Team von Bayer 04 Leverkusen führt die Bundesliga dank seiner starken Offensive an. Schon elf Mal trafen die Rot-Weiß-Schwarzen ins gegnerische Netz. Und dazu verfügt Leverkusen auch über eine Top-Defensive, die bisher nur drei Gegentreffer zuließ. Bis jetzt aber die Tabelle ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir nach drei Spielen unsere Ideen entwickelt haben. Wir haben einige gute Dinge geschafft. Die Begegnung mit dem Bundesliga-Ersten ist für den zweiten in München ein perfekter Messgrad für die Champions League. Direkt nach dem Spitzenspiel starten die Bayern in die Königsklasse. Einen besseren und stärkeren Gegner, um sich für die kommenden Aufgaben einzuspielen, gibt es nicht. Punktgleich und nur durch Ein-Tor-Differenz getrennt stehen sich der FC Bayern München und Bayern 04 Leverkusen am vierten Spieltag gegenüber. Es geht um die Tabellenführung und darum, sich keinesfalls schon vor Wiesnbeginn die Lederhosen ausziehen zu lassen. Lederhosen ausziehen. Lederhosen ausziehen. Lederhosen ausziehen. Lederhosen ausziehen. Lederhosen ausziehen.